Nicht so brav, ich hielte nur noch alles total ernst und Mike hat sich... ...ein Lehrer der Holmes-Grundschule in der Türkei. Zwei terroristische Gruppen übernahmen die Verantwortung für den Anschlag. Es hat alles seine Richtigkeit, Miss Ames. Wir haben einen gültigen Identitätsnachweis in seiner Brieftasche gefunden. Es ist nicht nötig, ihn sich anzusehen. Doch, doch, ich will ihn sehen. Ich warme Sie, es ist nicht mehr allzu viel übrig, was zu sehen wäre. Ganz besonders von der oberen Körperhälfte. Ich möchte ihn sehen. Es tut mir sehr leid, dass Sie den Drang verspüren, das zu tun. Lassen Sie mich nur mit ihm allein, bitte. Was machst du denn hier? Ich? Was verdammt nochmal, was tue hier? Lass mich zufrieden, ich bin in Trauer. Das bin ich auch. Wegen meines Geliebten. Ich auch. Wer war es? Michael Santos. Nein! Nein, du kleine Hexe, du. Du Miststück, du hast ihn gekannt. Er hat mich geliebt. Wie kannst du nur so lügen, du Miststück, so eine wie du, kann ihn gar nicht gekannt haben. Lass mich an! 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 Wie kannst du es wagen? Er hat mich geliebt. Nicht geliebt! Ich habe dich geliebt! Was dumm, das hat er! Das ist ja Obstum. Nein, das ist Realität, Baby, und es ist kaum möglich, dass sie noch so einen Scheiß interessiert hat. Ich lehne es ab, auch nur eine Sekunde daran zu glauben, dass er sich so weit herunterließ. Ja, er hat sie sogar noch viel tiefer runtergelassen. Das ist alles eine Lüge. Du bist eine Psychopathin. Ja, so ist es. Ich wusste das schon von Anfang an, als du da rein stolziert kamst. Du hast diesen Mann am Telefon belogen. Du hast dich in diese Klasse hineingelogen und du lügst jetzt. Du wilde hysterische Kuh, du! Nein, nein, hör auf! Also, was zur Hölle? Das ist nicht sein. Nein, auf keinen Fall. Sieh dir den an. Er ist so winzig. Das ist so nichts weiter als ein Bleistift. Und die Blindarmnarbe sehe ich auch nicht. Und du hast das kleine Mutter mal? Das ist jemand anderes! Das ist jemand anderes! Das ist jemand anderes! Das ist jemand anderes!